Der Achensee bietet im heurigen Sommer genau das, was seinem touristischen Ursprung entspricht und liegt gerade deshalb im Trend. Die Tiroler Sommerfrische war und ist nachhaltiges Urlaubsvergnügen in der naturbelassenen Umgebung am Tiroler Meer. Die Gäste der Region erwartet ein vielfältiges Angebot, das diese traditionsreiche Urlaubsform am Ort ihres Entstehens umso attraktiver macht. Bergsteigen, Segeln oder doch lieber Golf. Die Möglichkeiten für Sport und Erholung sind in Tirols Sport- und Vitalpark besonders vielfältig. Mit dem neuen Hop-on-Hop-off-Ticket für die Schifffahrt sind maximale Flexibilität und Erlebnisreichtum garantiert. Am Achensee hat sich über die Jahre eine natur- und sportbezogene Tourismuskultur entwickelt. Die Region bietet dem Gast einen besonderen Mehrwert. Wer an frei zugänglichen, sonnenverwöhnten Seeufern, umgeben von spektakulären Gebirgszügen, eine Auszeit genießen will, ist am Achensee genau richtig. – – Untertitelung des ZDF, 2020